Mh, wieder schön am futtern und schon wieder wird man gestört. Schon wieder wird man gestört beim Essen. Das finde ich nicht okay. Ich werde jetzt am Anfang erstmal leise, 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 leise. Dann haben sie vielleicht keine Ahnung, wo ich ihn wollte. 5, 4, 3, 2, 1, und go. Ich gehe erstmal ganz in den Norden. Oh, lecker schmecker, da gibt es was zu essen. Ich putze dich weg. Lecker, lecker, lecker. Ja, mh, das schmeckt aber gut. Oh, das ist gut. Nur richtig gut ist wie ich. Erstmal tötte ich den hier. Essen, essen, essen. Und dann greife ich den hier. Komm, stirb, 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 gas. Oh, oh, sie haben mich. Eindeutig. Hat man schon wieder beim Essen gestört. Ich glaube, ich sollte mich von hier verziehen. Bin mir ziemlich sicher, dass hier... Das sind ja... Ah, nein, 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 nein. Oh, oh, die sind da oben, ne? Das war gar nicht so geplant. Das war doch gar nicht so geplant. Ich glaube, ich verziehe mich von hier. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass ich mich von hier verziehe. Egal, das sieht ein bisschen Leben. Ist mir egal. Und es ist Hauptsache, hier bin ich weg. Nein, das wollte ich doch nie. Ah, ich putzel dich erstmal. Dann schmeckst du einfach besser. Schon wieder sind sie hinter mir her. Was habe ich ihnen denn nur getan? Ich will doch nur was essen. Ich habe Hunger und will was essen. Wahrscheinlich kann es doch nicht sein. Ich darf mich mal in Ruhe lassen hier. Ach, dieses Viech nervt. Oh, du, 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 du. Du bist perfekt. Um gegessen zu werden. Okay, ich gehe da hoch. Die brauchen etwas länger, um hochzukommen. Na, schön. So, schön. So, schön. Ich grüße dich auch. Okay, ich glaube, ich stelle den hier einfach mal im Weg. Mal ein bisschen zu vorbei. Da haben sie vielleicht ein bisschen was mit zu tun. Und ich kümmere mich um den hier. Und essen, 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 essen. Weil Stufe 1 habe ich gar keine Chance gegen die. Stufe 2 grüns. Und dann Stufe 3 wird es gut. Also für mich. Oh, ich bin schon fertig mit dir. Hm, Link. Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Komm, 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 komm. Ist, 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 ist. Das ist jetzt richtig lecker. Hölte wieder mit den Schaden. Ich esse jetzt alles, was da ist. Und jetzt erwogen will ich. Die werden genau hierher kommen. Das ist ganz klar. Aber ich will unbedingt jetzt sofort in oben. So. Schmetterschlag voll hoch. Feueratm voll hoch. Und 4, 3, 2. Wenn sie da sind, greife ich an. Wenn nicht, gehe ich weg. Sie sind nicht da. Doch, sie sind da. Okay, ich bleibe. Komm, 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 komm. Den einen habe ich fast. Den einen habe ich fast. Ich habe den einen fast. Ich habe wenig vor, abzuhauen. Und von daher, machen, was ihr wollt. Oh. Komm. Komm her, komm her, komm her. Ah, er wird gehealt. Okay. Daisy ein bisschen anreifen. Und da einfach mal wieder richtig schön Feuer rein. Ich bin da Feuer und Flamme für euch. Komm schon. Ah, ich kann sie wieder grillen. Ich kann wieder alle grillen. Schön, 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 schön. Und da Feuer rein. Ach, ich will dich. Dann schmeckst du einfach besser. Hm, ja, ja, ja. Ich will nicht, dass die bebeifürmen. Das soll, das soll. Das ist schon mal gut. Daisy ist tot. Auch gut. Hm, das ist ungeschickt. Stürzt, Daisy. Ja, genau. Donald wartet schon noch ein bisschen. Ja, ich weiß, wir sind zwar scheiße. Einen Scheiß werdet ihr tun. Ihr werdet ein Dreck werdet. Komm schon, Daisy. Nicht sterben. Daisy ist als össes dran. Bis es ist. Nimm, nimm, nimm. Nimm, nimm, nimm. Das war lecker. Und ich esse auch noch. Und dann grill ich dich. Und dich will ich auch essen. Ja, ihr solltet euch zurückziehen. Ja, ist schon richtig. Nur es ist zu spät. Ich grill dich da oben. Yeah, gewonnen. Hehehe. Auch in Stufe 2 geht's. Wunderbar. Ja, weh, ha, ha, ha.